Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade im Wohnzimmer denn kochen kann ich noch nicht wirklich also ich meine ich mache es schon sogar das Fleisch Suppenfleisch für Borscht fürs Wochenende ist schon im Topf und kocht gerade und solange es noch kocht kann ich da eben nicht so viel machen aber es ist so viel andere Sachen zu tun ich schaffe ja momentan nicht so viel am Tag deswegen habe ich ja das was ich konnte halt erledigt die letzten Tage aber es ist vieles liegen geblieben und die hier ist zum Beispiel wieder Wäsche die muss ich unbedingt jetzt wegräumen die habe ich ja vorgestern mit Krischis Hilfe aufgehängt und ich möchte jetzt am Samstag hier keine Wäsche stehen haben genauso wie da fummelt einer schon an meinem Bügelei-Syndrom was willst du denn? Ich gucke mir die Knöpflees an die Tischdecke die ich letztens gekauft habe die ist zerknittert logischerweise die muss ich jetzt bügeln bevor ich da alles auf den Tisch wieder hinstelle der Kamin muss unbedingt sauber gemacht werden die Jungs holen gleich Holz ordentlich damit fürs Wochenende was da ist und ich muss noch den Kamin sauber machen der Boden sieht aus ich habe die ganze Woche vorgehabt und hier zu wischen habe ich nicht geschafft weil ich irgendwann mal einfach keine Kraft mehr hatte habe ich zwar immer noch nicht so wirklich aber was muss das muss also das sieht überhaupt nicht mehr gut aus ja und daneben Bursch kochen und ich wollte ein paar kleine Muffins nur Muffins nichts kompliziertes heute was einfaches schnelles einfach mal kein Kuchen oder so sondern Muffins Muffins werden dann schon eher alle oder können dann mitgenommen werden oder was auch immer ja genau so sieht der Plan aus ich muss gucken ob ich genug Kartoffeln habe für Bursch wenn nicht muss ich gleich dann einen meinen hier losschicken und Kartoffeln kaufen hier beim Bauheimdorf und ansonsten stehst du bitte den Bügeleisen denn das Wasser läuft aus wenn es so liegt ja irgendwann mal ja ich hab doch keine Ahnung davon ja deswegen lass das Ding bitte in Ruhe okay ich wünsche euch viel Spaß beim Video was auch immer heute alles noch passiert ich nehme euch einfach mal mit also es ist jetzt schon nämlich halb zwei ich habe heute auch viel zu lange geschlafen und bin trotzdem hundemüde weil ich zu spät ins Bett gegangen bin ich kann irgendwie nicht schlafen der Arzt meint mit diesen Tabletten Schmerztabletten wirst du so müde sein du brauchst keine Schlafmittel oder so ne merke ich nicht wirklich was davon genauso wie ich wenig was merke wenn die Leute sagen auch Kaffee macht wach ach ach wenn ich Kaffee trinke bin ich wie so aufgezogen ne wenn ich Kaffee trinke will ich schlafen ja frisch ja auch das ist komisch wir sind irgendwie nicht ganz normal ne das ADHS das macht das ah das kann auch sein weil ich Energie, Koffein, alles mögliche bringt bei mir nichts und wir haben beide anscheinend ADHS das hat die Kinderärztin letztens damals auch gesagt als wir bei ihm das festgestellt haben ok ich mache mich jetzt an der Arbeit viel Spaß beim zugucken vielleicht motiviert das den ein oder den anderen auch mal trotzdem höhe Wetter ne auch mal unter der Decke raus zu krabbeln und was zu machen ja wie ich schon gesagt habe ich nehme als erstes jetzt die Wäsche ab das ist ja nur die eine Wäsche Spende das geht schnell die Wäsche Spende zusammenlegen gestaltet sich noch ein bisschen schwieriger mit meiner Arbeit das dann ist der Wäsche zu stelle und filmt nun ja und jetzt wird die Tischdecke gebügelt die ganze Zeit nebenbei mit Küche ein bisschen plappern ja die Tischdecke ist natürlich auch gleich auf dem Tisch ich versuche gerade noch ein kleines Platzdeckchen oder irgendwas zu finden in meinem kuddelmuddel im Schrank Christian hilft mir weil ich gerade nicht allein aufstehen kann das schöne Gesteck und wir tauschen mal die Teelichter drinnen aus weil die sind noch vom letzten Jahr und jetzt das neu gekauft wann hat es Mittwoch haben wir das gekauft das Bäumchen was wir draußen stellen wollen ein bisschen auseinander tütteln die Batterien reinsetzen damit wir es vor die Tür so unter den Briefkasten stellen können sieht richtig schön aus finde ich und jetzt den Kamin sauber machen das ist auch so eine Aktion die alle paar Tage durchgeführt werden muss ja ich benutze wieder das gekauft ich weiß nicht es gibt bestimmt auch Tricks und Tipps wie man ohne irgendwelche chemischen Reiniger das machen kann aber wenn es schnell gehen muss da überlege ich gar nicht lange ich nehme einfach das was ich da habe und jetzt versuche ich Staub zu wischen was auch nicht so einfach ist mein Rücken macht halt nicht unbedingt gerade mit das was ich scharfe mache ich halt der Rest bleibt wenn Isabelle da ist dann erledigt sie den Rest auch ja der Rücken tut richtig weh es hat vorhin so reingeschossen so dass ich mich kurz hinlegen muss und dann geht es auch schon weiter die Wäsche will ich nicht übers Wochenende hier liegen haben deswegen muss sie nach oben getragen werden ich habe dann die Jungs zusammen gepfiffen die helfen mir dann auch Holz haben sie gerade auch reingebracht die helfen mir wirklich wo sie können ja und natürlich muss auch das Sofa ein bisschen gerichtet werden komischerweise egal wie oft ich das mache am Tag irgendeiner pflanzt sich dann immer hin und dann sieht es wie vorher aus und weiter geht's im Badezimmer vom Wochenende wollte ich wenigstens ein bisschen was noch sauber machen Waschbecken putzen, Spiegel sauber machen und was ich so schaffe Musik die Dusche aber nur ein bisschen nur die Duschwanne und natürlich das Klo muss auch geputzt werden eigentlich jeden Tag ich zeige es euch nur nicht jeden Tag ja und dann Dampfbesen das ganze Haus und die untere Etage mache ich jetzt einmal den Boden sauber Musik Post war gerade da, Raphael hat was reingebracht Musik und so sieht das Wohnzimmer jetzt aus ich habe extra das Licht ausgemacht damit ihr die ganzen schönen ja Lichterketten Sterne und was auch immer ich da habe sehen könnt wie es so leuchtet schön gemütlich finde ich auch wenn es nicht perfekt ist ich kann nicht so wirklich dekorieren das Weihnachtsdorf ja drei Häuser mehr habe ich nicht und jetzt mit Licht so sieht das aufgeräumte Wohnzimmer aus perfekt ist was anderes aber naja mehr habe ich heute nicht hingekriegt Musik und jetzt geht es in der Küche weiter ich muss alles für Bosch fertig schneiden also die Kartoffeln klein schneiden und gleich in den Topf reingeben und dann die Möhren reiben erstmal die Zwiebeln klein schneiden Gehe Wasser nach Kippen im Topf die Zwiebeln schneide ich mit dem kleinen nicer geißer Präzision Musik und die Möhre und die Potebeete die reibe ich auf der Kuchenreibe und so mag ich das einfach am liebsten wenn ich in der Suche nicht so wie sie mit Brocken und Gemüse oder irgendwas die da reinstecken Musik 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 So ihr Lieben der Haushalt ist tatsächlich erledigt mit kleinen Pausen weil es doch nicht so ganz ohne geht noch und dann Unterbrechung ungeplant war auf einmal hier unter der Spüle ein Stück Wasser vorher auch immer wir beobachten das jetzt ich habe erstmal alles wieder raus geholt sauber gemacht und die ganzen Putzlappen die ich da drin habe die waren nass die habe ich jetzt in die Waschmaschine geschmissen aber noch nicht angemacht die mache ich dann jetzt morgen Abend an und jetzt koche ich Bursch fürs Wochenende ja Bursch mit mit selbstgemachten Sauerkraut ach so habe ich euch noch gar nicht gezeigt haben wir gerade alles aus dem Gewächshaus raus geholt also so viele Peperonis hingen da noch an dem Bursch an einem ne und war reif auf einmal die werde ich noch klein schneiden am Sonntag wahrscheinlich und einfrieren ja Bursch habe ich schon sehr oft gekocht und gezeigt hier habe ich jetzt schon die Kartoffeln drin Sauerkraut habe ich um etwas ja damit es etwas milder wird ins Wasser eingelegt und hier habe ich rote Beete eine Möhre das muss ich gleich noch schneiden eine Paprika nehme ich diesmal normalerweise nehme ich ja nicht immer dann vier Zehen Knoblauch und eine Peperoni und hier sind zwei Stück rote Zwiebeln Fleisch habe ich schon raus geholt muss nur noch klein so auseinander gerupft werden und kommt dann zurück in den Topf und natürlich Tomatenmark und hier habe ich eine Pfanne mit etwas Öl drin und da gebe ich jetzt die Zwiebeln Zwiebeln das sind zwei Stück rote habe ich die letzten jetzt einfach verbraucht und lasse die anbraten das ist dann die Sajarka erstmal die Zwiebeln anbraten dann kommt die Möhre ich habe jetzt nur eine Möhre genommen weil hier in dem Sauerkraut ist auch Möhre dran und heute will ich den Bosch anders ausprobieren ich werde das also die rote Beete das muss so eine rösige nicht in dieser Sajarka reingeben sondern direkt nachher in den Topf mal gucken wie es wird und jetzt schneide ich einfach mal alles andere also sprich die Paprika und Peperoni und Knoblauch auch mit dem kleinen ein nicer, nicer Präzision wenn die Kartoffeln kochen kommt dann auch Sauerkraut direkt rein ja und jetzt schneide ich den Rest also die Paprika durch den etwas gröberen Einsatz und die Peperoni und Knoblauch durch den feinen ja und dann solange die Zwiebeln auch angebraten werden frühe ich dann schon mal das Fleisch ab den Knochen und alles was ich so nicht gebrauchen kann wie jetzt das ganze nicht so leckere Zeug hier bekommen gleich die Katzen die freuen sich dann so die Zwiebeln sind jetzt etwas angebraten schon also ab mit der Möhre rein und auch gleich die Peperoni, Paprika und Knoblauch und das Sauerkraut gieße ich jetzt einfach mal ein bisschen ab das Tomatenmark rein und hier kommt noch das Tomatenmark rein dieser Schadke sieht richtig schön aus und jetzt warte ich einfach nur bis alles kocht hier also die Kartoffeln kocht schon fängt an also zack und rein mit dem Sauerkraut in den Porsch das wird lecker das wird lecker so dann den Inhalt der Pfanne und die rote Beete die habe ich vorher ein bisschen mit Zitronensaft beträufelt zack und dabei sind noch nicht mal Gewürze drin und das schmeckt schon so lecker ich habe vorhin wegen Fleisch ein bisschen gesalzen deswegen gebe ich jetzt nur minimal Salz rein also habe ich schon oft gewählt das hier drin ist kein Teelöffel das ist so ein ich glaube ein halber Teelöffel wenn es überhaupt so hochkommt diese Farbe ist einfach nur herrlich Leute ja das lasse ich jetzt kochen und dann werde ich noch würzen also Kräuter und so aber von meiner Seite erstmal nichts bis alles fast durch ist so solange der Bolsch noch kocht bevor ich dann noch Dill und Lorbeerblatt und so weiter reinschmeiße mache ich ganz schnell noch Muffins ich habe ja vorgehabt fürs Wochenende Orangenmuffins ich habe hier eine Orange und dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen von so einem Orangensaft so konzentrierter ja ist ganz einfach aber wenigstens ein bisschen was noch die Kekse die reduzieren sich drastisch gerade also Isi hat was zur Arbeit mitgenommen gerade vorhin zum Tee trinken also die Dosen sind jetzt nur noch halb voll deswegen dachte ich ich mache jetzt noch ein paar Muffins ja und zwar machen wir das folgende Muffin ich habe jetzt hier Sanella ich weiß nicht wie viel ich davon jetzt nehme also ihr könnt ja gucken also so Esslöffel hier sind zwei drauf nehme ich mal an weil ich das mit Berg nehme will nicht also so ich nehme mal an sind das tatsächlich so 150 Gramm höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich ja müsste hinkommen Sanella dann habe ich hier 200 Gramm Zucker den gebe ich noch mit rein ich kann jetzt hier auf den Herd nichts drauf stellen ich muss die Bosch runter stellen dann habe ich hier Joghurt also es ist wirklich der Rest deswegen nehme ich den auch vielleicht auch so 100 Gramm Joghurt mehr ist das nicht einfach nur damit der Becher leer ist und nicht im Kühlschrank rum steht und jetzt rühre ich das Ganze schon mal ordentlich zusammen und dann habe ich hier 3 Eier und hier habe ich eine Orange ich versuche mal die Schale davon abzukriegen die habe ich natürlich gut abgewaschen ok das funktioniert einigermaßen es riecht schon gleich nach Orange naja gut viel ist das nicht geworden aber ein bisschen wenigstens Orangenschale und Orangensaft ich schneide die Orange jetzt einfach und drücke den Saft erstmal in diese Schale aus ich dachte es sind Kerne mit Beisinn aber nicht also brauche ich den Sieb gar nicht also rein mit dem Saft noch dran eine Prise Salz und ich gebe noch von diesem konzentrierten Orangensaft ein paar Tröpfchen noch rein so und rühre jetzt mal weiter hier habe ich 260 Gramm Mehl es wird nicht reichen ich sehe das jetzt schon weil wir ja so viel Saft noch und so weiter und dann Backpulver also ich habe hier zwei angefangene Tütchen also ein Tütchen Backpulver alles vermengen und dann rein in die Schüssel also es kann sein dass wir jetzt ein bisschen mehr Mehl brauchen muss man gucken ihr wisst ja ungefähr wie der Teig für Muffins aussehen muss ja ich nehme noch ein bisschen mehr Mehl ich denke mal es werden so grob geschätzt 300 Gramm Mehl sein so soll der Teig aussehen so und jetzt habe ich hier meine Herzchen Muffinförmchen die benutze ich in letzter Zeit doch schon ziemlich gerne mal gucken so so ja und ich fülle das einfach jetzt da alles rein und was nicht reinpasst habe ich natürlich auch normales Muffinblech und die kommen jetzt bei im Moment ist falsch eingestellt 180 Grad einfach mal hier in den Backpulver ich denke mal die brauchen ungefähr 20 Minuten bei 180 Grad ich mache immer dann Stäbchenprobe aber da muss man aufpassen dass sie mit dem Stäbchen nicht besser ganz unten und durch ne sondern vorsichtig so und hier geht es auch Endspurt mit dem Bursch ich habe hier klassische Kräuter von Bofrost gebe davon was rein dann logischerweise Dill natürlich am besten frisch aber ich habe jetzt keinen mehr Lorbeerblätter und Pfeffer und das war es auch jetzt ist es tatsächlich auch schon fertig nur noch ja noch ein bisschen kochen aber alles ist jetzt drinnen was wir brauchen es muss nur noch fertig alles durchgekocht sein und dann ist das Essen für morgen fertig das riecht dir so nach Zitrone oder so? ich backe Orangenmuffins äh es fasziniert man kennt ja die Muffins wenn die fertig sind werde ich einfach mal mit einem Puderzuckerguss überziehen also für einen probieren glaube ich ja Puderzuckerguss überziehen den ich aber nicht mit Wasser sondern mit Orangensaft anrühren werde ganz normal ne anstatt Wasser Orangensaft und das dann auch alles ne also ich werde jetzt das Abendessen machen zum Abendessen gibt es ganz normal Hot Dogs also kein Hexenwerk gar nichts ich mache jetzt einfach nur ein paar Würstchen im Topf warm und Brötchen ja eigentlich hatten wir was besonderes also ein bisschen andere Hot Dogs heute machen aber das schaffe ich heute nicht mehr also ich bin echt platt und hier sieht es aus ne also guckt euch das an das muss wenn der Geschirrspüler fertig ist alles rein hier ist auch Tee getrunken gerade ne das muss alles noch weggeräumt werden und ich denke bei den Hot Dogs Röhrchen schneiden ist nicht so besonders viel ne also genau hier ist noch ein bisschen Teig drin für drei vier Muffins die mache ich jetzt einfach mal hier im Blech in normalen Förmchen ja ich zeige euch nachher die Muffins wie die fertig aussehen ne also ich nehme euch jetzt nicht mit wie ich die bepinsel ne das könnte glaube ich auch ohne mich und Bosch ist ja der ist fertig der hat eine richtig herrliche Farbe ne guckt euch das an ich bin begeistert ich brauche keine Hot Dogs ich würde am liebsten Bosch essen so ihr Lieben es ist schon Abend wir haben schon gegessen der Geschirrspüler läuft schon wieder Isabel hat was reingepasst reingeräumt ist halt nicht alles ne so ein paar Kleinigkeiten sind noch da und die Muffins sind fertig die sind schon abgekühlt und ich habe leider kein Orangensaft mehr gehabt deswegen ist es ein ganz normaler Puderzuckerguss ja leider sind die nicht so schön geworden also die schmecken super lecker und von einigen Seiten ist es noch ganz gut aber ja ich habe den Fehler gemacht ich hätte die Dinger doch nochmal denke ich mal ausspülen sollen vorher ich habe es so eingefüllt ja und dementsprechend sieht es auch aus aber okay aus einigen hat es sich tatsächlich super rausgelöst ich weiß es auch nicht also ein paar sind tatsächlich wie der hier ne die sind ganz geblieben hier ist nur ein bisschen heller keine Ahnung auch warum ich hätte vielleicht alle in diesen Papierförmchen machen sollen die sehen dann sehr schön aus ja der Bocci ist auch fertig durch am liebsten gleich schon reinhauen ja und ansonsten der Tag war ziemlich voll ich habe viel erledigt die Jungs haben mir auch ordentlich geholfen also Christian hat durchgesaugt hat mir beim Geschirrspüler geholfen weil ich mich immer noch nicht so gut bücken kann Raffi hat die Treppe gewischt Müll rausgebracht die haben beide zusammen Holz geholt und so 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 doch einiges mitgemacht hier geholfen aber naja die meiste Arbeit habe ich natürlich trotzdem ich erledigt heute und dementsprechend fühle ich mich auch ja aber jetzt kommt ja Wochenende morgen ist Sabbat ich werde morgen schön die Füße hochlegen und den ganzen Tag nichts tun ich habe auch morgen den Nachmittag für mich alleine wieder weil die Pfadfinder ihre Pfadfinderstunde haben oder Pfadfinder treffen das geht ja nicht eine Stunde sondern ich glaube zweieinhalb irgendwie so die machen morgen glaube ich Pfadfinderabzeichen wer will ja und ja aber für heute ist das endlich der Tag vorbei ist auch schon gleich vierter nach acht genau ich verabschiede mich deswegen auch an dieser Stelle von euch ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn ja dann wie immer Daumen hoch abonnieren nicht vergessen würde mich sehr sehr freuen und auch über irgendein Smiley in den Kommentaren freue ich mich auch ich wünsche euch allen ein super schönes Wochenende und auch sehr sehr schönen ersten Advent ihr Lieben genießt die schöne Zeit ich liebe diese Zeit wenn überall Lichter an sind ne guckt euch das an im Wohnzimmer und es ist so gemütlich und ja auch wenn ich noch nicht so wirklich in der Stimmung bin weil einfach ihr wisst ja was alles so passiert ist in den letzten nochmal acht Tagen und ich körperlich noch nicht so auf der Höhe bin aber ich versuche mein Bestes es zu genießen auch meinen Kindern meine Familie es so schön wie möglich alles zu gestalten hier ich hoffe ihr genießt es auch und ja bleibt gesund das ist das wichtigste und wir sehen uns ganz bald wieder tschüss ihr Lieben